Hey Leute, ja, ich wünsche euch alle da draußen frohe Weihnachten, feiert schön, packt viele Geschenke aus und habt Spaß in diesem Jahr noch. Ja, das ist nämlich das letzte Jahr, 2011 und nächstes Jahr 2012. Geht's richtig rund, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wünsche ich allen meinen Freunden, Abonnenten und Pipapo, wer's da noch kommt. Und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, ja, nicht zu vergessen, ich habe noch am Ende dieses Videos ein kleines Geschenk für euch. Ja, ich hoffe, ihr freut euch, das ist so süß, das ist so niedlich und ja, ihr müsst halt noch ein bisschen warten. Daher werde ich jetzt mal aufzählen, wen ich alles frohe Weihnachten wünsche und jetzt fange ich mal an. Und zwar mit The Wesker 1983, dir wünsche ich frohe Weihnachten, dann wünsche ich noch Plexi frohe Weihnachten. Ja, dann noch Dennis, 2401, dir wünsche ich auch frohe Weihnachten. Den guten Pengel P, dir wünsche ich auch frohe Weihnachten. Ja, feiert mal schön. Der Only, Seth Angel, auch dir frohe Weihnachten. Ja, bleib mal immer so locker und bitte spucken nicht mehr nochmal da in mein Haus hinein. Ja, in Minecraft, du weißt schon, was ich meine, hä? Hey Gaming, ja, ich hoffe, es klappt irgendwann mal mit unserem gemeinsamen Let's Play hier und zwar, du weißt schon. Dann PS 360, dir wünsche ich auch frohe Weihnachten. Ach, herrje, und Lord Schnorp, ja, dir auch. Aber, da kommt noch hinzu. Natürlich Celine, ja, dir auch frohe Weihnachten. Und dazu kommt ja auch noch mein kleiner Marvin, frohe Weihnachten. Hm, wir sind gleich soweit. Gleich kommt euer Geschenk. Oh Mann, das ist so spannend. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Wartet ihr? Wartet ihr? Wartet ihr? Hm, mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Da ist das schöne Geschenk. Da ist es! Ja! Hier wird's ausgepackt. Das war lustig. Oh yeah, ich fand's toll. Ciao!